Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Geek Talk Daily. Heute am Dienstag, dem 4. Mai 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1001. Heute habe ich die folgenden Themen für euch bereit. Skype, Surface Duo, 10K, Outer City, Spotify, Facebook, Clubhouse und Videos. Ich starte gleich mit Skype. Diese App hat nämlich ein neues Update bekommen. Und zwar so, dass sie jetzt im Browser läuft. Und zwar unter iOS, dem wahrscheinlich letzten Browser, wie Microsoft vermeldet hat. Denn mittlerweile sei die App auf allen Browsern zugänglich. Das heisst, ihr müsst euch keine Skype-App mehr auf dem iPhone installieren, auf dem iPad. Ihr könnt das Ganze direkt aus dem Browser nutzen. Wie eingeschränkt und so weiter das ist, das müsst ihr selber mal ausprobieren. Ich habe das schon lange nicht mehr gemacht. Wann war das letzte Mal? Genau, auf einem Chromecast, äh, Chrome-Dingsbummens von Google. So ein Rechner mit diesem abgespeckten Online-Betriebssystem. Weiter geht's mit dem Surface Duo. Und zwar mit der Schweiz. Genau, das Teil gibt es jetzt auch in der Schweiz. Irgendwie habe ich das gar nicht mitbekommen. Hat das gleichzeitig mit Deutschland gestartet. Auf jeden Fall, es ist nur für Business-Kunden gedacht. Und da kann man sich das jetzt kaufen für 1.599 Währungseinheiten. Aua. Dann gibt es schöne Neuigkeiten zu ATT, der App-Tracking-Transparence von Apple. Das ist der Regler, den man vorschieben muss, wenn eine App euch tracken möchte. Und zwar nicht nur innerhalb der App, sondern auch ausserhalb. Und die Apps, die das tun, die müssen eben dieses ATT aktiviert haben, sodass, wenn ihr das erste Mal diese App startet oder wenn ihr etwas Grosses daran, oder wenn der Entwickler etwas Grosses daran geändert hat, dass ihr dann das bestätigen könnt, dass sie euch auch draussen verfolgen dürfen. Oder eben auch nicht, was wahrscheinlich in den meisten Fällen der Beste der Wahl war. Genau, mittlerweile haben über 10'000 Apps so ein ATT aktiviert. Dazu oder darunter sind ein riesen Anteil Games. Dann kommen Utilities, Entertainment, News, Shopping etc. Wer dann mehr wissen möchte über die Verteilung dieser ATTs, der kann auf daily.geekdog.ch direkt in den Shownotes eures Podcatchers oder eben im Webbrowser auf den jeweiligen Link klicken und sich genauer einlesen. Audacity, das Tool, mit dem ich jetzt hier gerade die Daily aufzeichne. Und die viele, unter anderem auch Podcaster oder eben Menschen, die was mit Audio machen, gerne nutzen. Sie ist einfach, sie ist Open Source und sie ist vor allem kostenlos. Die hatten Käufer gefunden und oder wurde übernommen. Die Muse Group hat sich die App einverleibt und jetzt fürchten einige natürlich um ihr schönes Open Source Projekt. Muse meint, dass sie da nichts daran ändern würden, sogar noch was zurückgeben möchten. Sie werden die App zumindest optisch schon mal ein bisschen aufpeppen. Nun, das klingt nicht ganz verkehrt, denn Audacity ist nach wie vor eine der hässlichsten Audio-Apps, die es gibt. Aber sie ist kostenlos, sie ist praktisch, sie kann sehr viel. Also eben, es passt zu sehr vielen Anwendungszwecken, würde ich mal behaupten. Dann gibt es Neuigkeiten zwischen Apple und Spotify. In der EU-Kommission wurde jetzt bestimmen, dass Apple den Wettbewerb verzerrt. Warum tun sie das? Sie sagen, weil Apple, oder sie geben Spotify recht, weil Apple das Musik-Streaming auf dem Gerät beherrsche, da keine internen, keine Abgaben machen muss und eben Apple böse ist, weil sie nicht erlauben, dass man Abos ausserhalb des App-Stores abschliessen kann. Da haben wir uns schon mehrfach darüber unterhalten. Ich habe meine Meinung und bin da relativ, ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht in die Richtung. Dann gibt es Neuigkeiten von Facebook. Die haben nämlich auch dieses ATT langsam am Laufen, dieses App-Tracking-Transparence-Funktion. Und da, bevor sie diese aufschalten, kommt ein eigener Screen von Facebook, sowohl bei der Facebook-App, aber auch bei der Instagram-App, wenn es bei euch noch nicht gekommen ist, keine Angst, kommt nächstens überall ausgerollt, dass du iOS 14X verwendest und quasi böse bist, also nicht gerade böse bist, aber dass du doch helfen solltest, dass Facebook auch weiterhin kostenlos bleiben kann und sie dir nicht noch Geld verrechnen müssen für das Ganze. Und deshalb sollst du doch diese App ATT ablehnen. Nein, tue ich nicht. Weiter geht es mit Clubhouse. Ja, die App, die grosse Welle geschlagen hat Anfang des Jahres, hat auch wieder ein bisschen den Tauchgang gemacht, wird aber doch immer noch von einer gewissen Basis sehr fleissig genutzt, hat aber auch Mitbewerber mit auf den Plan geworfen, unter anderem zum Beispiel Telegram und so weiter. Und jetzt kommt sie, die Android-App. Zumindest in der Beta, aber Hände stillhalten bitte. Aktuell nur für eine auserwählte kleine Gruppe wird das Ganze vorab getestet. Mal schauen, wie schnell das geht, bis das dann eben auch für die breite Masse zum Nutzen und oder Testen bereit ist. Und zu gutem Schluss habe ich euch noch vier ganze Video-Hinweise, weil fleissig in den letzten Tagen, respektive eineinhalb Wochen, auf dem Pogipsi-Network YouTube-Account findest du ein Video zu der Logitech Keys2Go, ein Video zu der IKEA Mürwarf, das ist ein LSD-Stripe-System, dann die Samsung Galaxy Z Flip Top 6 Funktion von meiner Tochter und der iRobot Brava Jet M Unboxing Video-Teilchen Dingens. Anklicken, anschauen, Daumen hoch, Kommentare darunter und abonnieren, wenn ihr es noch nicht habt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Genug der eigenen Werbung, euch einen schönen Start in den Tag und ja, vielen herzlichen Dank für all die freundlichen Rückmeldungen von euch, liebe Hörer und Hörerinnen, die uns zu der tausendsten Folge gratuliert haben und es immer noch tun. Die Messages trudeln fleissig bei uns ein über all die bekannten Wege. In diesem Sinne, euch einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss.